Mein Mikrofon war aus, entschuldigt Leute. So, nochmal. Ich will ein bisschen was über Passwörter erzählen, weil eines der größten Sicherheitsfaktoren ist der Mensch selber und diesen kann man hacken. Passwörter, wozu, weshalb, warum überhaupt? Also der Zweck der Passwörter ist eigentlich relativ einfach. Man möchte sich gegenüber einem Dienst authentifizieren. Das heißt, ist man im Besitz dieser E-Mail-Adresse und das kann man verifizieren über das Passwort, was man theoretisch nur selber kennt. Das wiederum birgt aber auch die Gefahr. Die Gefahr ist welche? Nämlich, dass jemand euer Passwort hat. Wie kommt es zustande, dass irgendwer euer Passwort hat? Wörterbücher. Das heißt, ihr habt ein ganz einfaches Beispiel als Wort, Stuhl als Passwort. Das Ding steht im Duden. Das kann man ausprobieren, ob dieses Passwort euer Lieblingspasswort ist. Dateneinbrüche ist natürlich auch ein beliebter Zweck, um Passwörter zu bekommen. Das heißt, irgendein Dienst, nennen wir ihn mal Y-Mail, hat irgendwie ganz viele E-Mail-Konten und irgendwer bricht da ein und kann natürlich diese ganzen Daten klauen, inklusive eurem Benutzernamen-Passwort. Je nachdem, wie gut dieser Dienst ist, speichert er eure Passwörter verschlüsselt oder unverschlüsselt oder gut verschlüsselt oder schlecht verschlüsselt. Das kann man von außen gar nicht so häufig sehen. Wie auch immer, das ist auf jeden Fall eine der Möglichkeiten. Oder sie speichern einfach die Passwörter in nicht gesicherte Datenbanken. Das heißt, die sind von jedem erreichbar, nicht nur von den Dienstanbietern, bei denen ihr euer Dienst nutzen wollt, sondern eben von der ganzen Welt. Und dabei kommen sogar in den Leaks zustande. Das heißt, irgendwer findet eine Datenbank, macht eine Kopie und schmeißt diese Kopie öffentlich nochmal ins Internet mit den Merkern dran, das ist eine Passwortliste. Phishing ist auch eine beliebte Methode, E-Mail-Passwörter zu bekommen. Phishing-E-Mails ist so ein beliebter Zweck. Das heißt, man gibt sich als eBay aus und sagt, hier, eBay-Account, irgendwas ist komisch. Gib doch mal deinen Benutzernamen-Kennwort ein. Und in Wirklichkeit gibt man die nicht bei eBay ein, sondern bei irgendeinem anderen, obskuren Webseite, bei einer anderen obskuren Webseite, die denn diese Passwörter speichert, zusammen mit den Benutzernamen. Und BruteForce. BruteForce heißt ganz einfach, alle möglichen Kombinationen testen. Das ist keine Methode, die häufig verwendet wird, aber es ist prinzipiell eine Methode. Zumindest bei Online-Dienst wird er nicht häufig benutzt, sagen wir es mal so. Passwortlisten. Also wie ich ja schon erwähnte, es gibt sogenannte Leaks und es gibt Dienste. Und einer davon ist von Firefox, der Monitor-Dienst, der eine Möglichkeit bereitstellt, zu prüfen, ob anhand seiner E-Mail-Adresse schon Passwörter abhandengekommen sind. Ich habe das mal spaßenshalber gemacht mit einer meiner E-Mail-Adressen und in sechs bekannten Datenleaks ist mein Passwort und meine E-Mail-Adresse zu finden. Bei Bitly auch, bei Last.fm ist mein Passwort zu finden, bei Dropbox ist mein Passwort zu finden und bei Tumblr und bei Adobe. Das ist natürlich schlecht. Was heißt das? Das heißt, wenn ich theoretisch bei Bitly, wenn jemand diese Bitly-Liste hat, hat er meine E-Mail-Adresse und unter Umständen mein Passwort. Wenn ich dieses Passwort jetzt auch noch nicht nur bei Kickstarter, bei Last.fm benutze, sondern bei Gmail oder bei eBay, dann hat er Zugang zu meinem eBay-Account, ohne dass er dieses Kennwort hat, weil ich überall das Gleiche benutze. Anmerkung, natürlich tue ich das nicht. Ich benutze natürlich überall ein anderes. Und deswegen kommen wir erstmal zu, was sind richtige, vernünftige und sichere Passwörter. Passwörter sollten nicht im Wörterbuch stehen. Also wie ich schon erwähnte, Stuhl ist ein schlechtes Passwort. Besser sind aber viele zusammenhanglose Wörter hintereinander. Also der braune Ofen ist heute 23 Grad heiß. Das ist ein Satz, da ist eine Zahl drin, da sind Buchstaben drin, da sind große Kleinschreibungen drin, da sind viele Freizeichen drin. Dieser ganze Satz ist ein super Passwort. Weil der braune Ofen ist heute 23 Grad heiß. Das kann man nicht durchprobieren. Das sind einfach zu viele Buchstaben- und Zahlenkombis. Und zusammenhangloser Satz erst recht. Das ist prinzipiell ein gutes Passwort, was man nutzen kann. Es sollte wirklich lang sein. Umso länger, also generell gilt, umso länger umso besser, weil wenn man halt die Möglichkeit hat, Passwörter zu testen, gerade durch diese Bootforce-Methode, ist die Länge einfach extremst wichtig. Das gleiche gilt, wenn man Passwörter auf dem Weg von, unterwegs werden die Daten geklaut. Also bei dem Transfer von dem eigenen Rechner zum Server, da werden die theoretisch schon verschlüsselt. Aber umso kürzer das Passwort ist, umso leichter könnte man sie entschlüsseln. Und es gilt alles, was die Tastatur hergibt, als Passwort zu benutzen. Also keine Scheu dafür zu haben, Freizeichen zu benennen, Assets zu benutzen in der deutschen Tastatur und Zeichen, Prozentzeichen. Völlig egal. Alles irgendwie, was die Tastatur hergibt. Und jeder Dienst soll da ein eigenes Passwort haben. Wie ich schon erwähnte, bestes Beispiel ist, so ein Leak kommt zustande. Wenn man mal guckt, ich gucke heute rauf und sehe, dass mein Adobe-Kennwort seit 2013 prinzipiell der ganzen Welt bekannt ist, dann habe ich die letzten sechs Jahre ein Passwort, das ich von Adobe und, wenn ich schlecht bin, auch bei mir einen Google-Mail-Account habe, in der Öffentlichkeit drin. Und dann heißt das, sechs Jahre hätte da jemand oder hat jemand den Zugang benutzt. Deswegen, jeder Dienst sollte sein eigenes Passwort bekommen. Bonuspunkt ist, jeder Dienst sollte seine eigene E-Mail-Adresse verwenden. Einfach nur ein Bonuspunkt. Das hat den Vorteil, dass man bei Phishing besser reagieren kann. Neben Passwörtern werden auch immer gerne Sicherheitsfragen benutzt, für die Kennwortwiederherstellung zum Beispiel oder zusätzliche Identifizierung. An der Stelle nichts Persönliches. Das ist so ein bestes Beispiel. Sicherheitsfrage, was ist mein Lieblingstier? Und in meinem Facebook-Profil steht 3000 Katzenfotos von meiner Katze. Also was heißt das, was ist mein Lieblingstier? Katze. Deswegen nichts Persönliches. Auch da sollte man eher so in die Richtung kryptische Sätze, irgendwas benutzen, die halt nichts mit der eigentlichen Frage zu tun haben. Es gibt noch eine Funktionalität, die ich empfehlen kann, ist die Zwei-Faktor-Authentisierung. Das heißt, etwas, das man weiß, ist das Passwort. Und mit einem zweiten Faktor ist nämlich etwas, das man hat. Wie ein zweiter Faktor aussehen kann, erzähle ich später. Es gibt diese tolle Webseite tofaktorout.org, die eine Liste bereitstellt, welche Dienste Zwei-Faktor-Authentisierung anbieten und wie man sie auch aktivieren kann. Jetzt habe ich so viel über das muss man beachten, das muss man beachten, das muss man beachten erzählt, aber das ist alles super kompliziert. Man kann sich natürlich keine kryptischen Passwörter merken, die alle Zeichen ergibt, die die Tastatur ergibt. Man kann sich die ganzen Sitze nicht merken, kann sich die E-Mail-Adressen für jeden Dienst nicht merken. Und deswegen ist die Empfehlung, ein Passwortmanager zu verwenden. Grundsätzlich empfehle ich, den Passwortmanager KeePass2 oder KeePassXC zu benutzen. Das ist ein Open-Source-Passwortmanager, den gibt es auch für Android und iOS. Weil er Open-Source ist, gibt es den halt verschiedene Plattformen, also Linux, Mac, Windows läuft alles, Android, iOS, wie ihr seht auch. Mit dem man halt eben wirklich sehr gut seine Passwörter verwalten kann. Nee, das noch nicht. Ich zeige euch mal meinen KeePass. Ich habe hier so verschiedene Kategorien angelegt. Und für den Vortrag habe ich mal ein paar Einträge angelegt. Und dann sieht man hier zum Beispiel meinen Testeintrag. Und dieser Testeintrag, der hat hier einen Benutzernamen, das ist eine E-Mail-Adresse und ein Kennwort. Und man sieht schon, dieses Kennwort ist super komplex. Das kann sich keiner merken. Was ich mir eigentlich nur merken muss, ist, das sogenannte Master-Passwort dieser Datenbank. Das heißt, ich habe ein wirklich extrem komplexes Passwort lang, was ich nirgendwo anders benutze, außer in dieser Datenbank. Und das habe ich lange trainiert in Muskelgedächtnis, dass ich dieses auch relativ gut eingeben kann. Häufig eingegeben. Und dieses Passwort benutze ich halt für die Datenbank. Damit bin ich eigentlich relativ sicher. Das heißt, relativ im Sinne von, ich muss mir dieses trotzdem irgendwie merken. Wenn mir dieses Passwort abhanden kommt von der Zugang meiner Master, das Master-Passwort zu meiner Datenbank, dann habe ich natürlich alles verloren quasi. Dann komme ich ja an kein einziges Passwort drin. Diese Hürde muss man überwinden. Aber wenn man die überwunden hat, dann bin ich bei allen anderen Passworten sicher, weil ich ja dann kryptisch Passwort für jedes Dienst benutzen kann. Das nützt mir aber nichts, dass die Passwörter einfach hier drin sind, sondern ich muss sie ja auch noch eingeben. Das heißt, was ich tun kann, ist, euch mal zeigen, was eingeben bedeutet. Dazu mache ich jetzt hier mal als Beispiel Gmail auf und habe hier so einen Fake-Account. Völlig egal. Ein Standard-Passwort-Manager würde jetzt Folgendes tun, der hätte jetzt hier die Möglichkeit, irgendwie eine Auswahl oder sowas. KeyPass hat die Möglichkeit, dass er nicht mit dem Browser kommunizieren muss, sondern als Tastatur- und Mauseingabe fungiert. Das heißt, ich sage ihm jetzt einfach nur, mit einer speziellen Tastenkombi, dass er für mich jetzt tippen soll. Und schon bin ich dran. Das hat jetzt nicht der Browser gemacht, diese Eingaben, sondern es hat wirklich KeyPass gemacht, weil KeyPass sieht, aha, da ist ein Fenster, wo ich was eingeben kann. Der Vorteil dabei ist, ist, dass ich das Browser unabhängig machen kann. Hier habe ich einfach nur einen Editor aufgemacht und dieser Editor schreibt mir da meinen Benutzernamen Kermut hin. Ich kann also unabhängig von dem aktuellen Fenstern die Sache eingeben. Ich kann es sogar so eingeben, dass es abhängig davon ist, wie die Maske ist. Man hat ja gerade gesehen, hier bei diesem Beispiel, ich mache den nochmal auf, dass ich erst die E-Mail-Adresse eingeben muss und dann bestätigen, warten muss und dann Internet, hallo? Dass ich ja erst den Benutzernamen eingeben muss, dann bestätigen und dann das Kennwort. Und das kann man definieren. Das kann man halt für jedes Fenster separat definieren, wie man das gerade braucht. Und dadurch, wenn das Internet nicht so langsam wäre, dann hätte das auch funktioniert. Nochmal. Ihr habt es beim ersten Mal gesehen, dass es funktioniert. Wenn das Internet jetzt nicht so... Nee. Stopp. Das geht jetzt schief. Ich zeige es dir. Oder irgendwas ist passiert. Da. Also, was ich euch zeigen wollte, man kann damit halt eben jede Stelle eingeben, ohne dass man das Passwort sehen oder KeyPass öffnen muss. Ich habe halt KeyPass die ganze Zeit nicht offen, also offen im Hintergrund, aber ich muss nicht dahin gehen, um das zu tun. Jetzt habe ich halt diesen Dienst hier. Das sind die Passwörter. diese Beispiele hier gezeigt, hier zum Beispiel dieser Otto. Wie ich halt benutzen, dann mal kein Wort eingebe. Was ich erzähle, es gibt diesen zweiten Faktor, den man noch machen kann. Dieser zweite Faktor ist ein... Gibt es einen Standard, der ist TOTP. und TOTP steht für Timed One Timed Based Passwort. Irgendwie so. Kurz, ein zeitlich basiertes Einmal-Passwort. Das heißt, in diesem Fall ist in Klammern die Sekundenanzeige. Das heißt, ich muss neben dem Passwort immer noch einen zeitlich begrenzten Code eingeben, der mir und der Dienst bekannt ist über einen sogenannten Algorithmus, der auf TOTP basiert. Und dadurch kann ich, wenn es das Beispiel ist, ich habe jetzt dieses Passwort hier von Otto Example, wir gucken uns das mal an, bei den dienstexample.de irgendwie hinterlegt. Example.de hat irgendwie mein Passwort verloren oder ich habe auf einer Phishing-Seite mein Passwort eingegeben, völlig egal. Jemand versucht, da reinzukommen, dann braucht er immer noch diesen zweiten Faktor. Deswegen heißt es zweiter Faktor, weil er immer noch einen zweiten Schritt braucht, bevor er reinkommt. Und diesen zweiten Schritt, den könnt ihr jetzt hier haben und der ist gleich vorbei. Und dann nützt euch das nichts. Also ich kann euch das geben oder das Passwort. Wenn ich euch beides zur gleichen Zeit gebe, ist natürlich immer kritisch, ist klar. Aber dadurch habe ich sichergestellt, dass ich zumindest, wenn das eine wegkommt, das andere nur 30 Sekunden gilt, kurzum. Und diese Eingabe, und das möchte ich mal zeigen, kann ich auch wieder in Seiten definieren. Das heißt, ich habe jetzt hier gesagt, für ein Fenster, das G-Edit heißt, das ist hier halt diese Editor, möchte ich jetzt bitte die Tastensequenz ändern. Und hier sieht man das schon. Er würde als erstes die Benutzernamen eingeben, ein Tab, dann das Passwort und dann Enter. Ich möchte aber neben das, ich möchte aber noch zusätzlich möchte ich, dass er jetzt noch mal ein Tab eingibt und dann das TOTP, also dieser Code und dann ein Enter. So, das sagen wir jetzt okay. Das hat er gespeichert und wenn ich jetzt mein Fenster wieder aufmache, dann schreibt er dir die Zahl hin, wie ihr seht, die jetzt in zwei Sekunden gleich wieder abläuft. Jetzt ist sie noch da und jetzt kommt eine neue. Seht ihr die am Ende? Ja, ne? Zusätzlich kann KeyPass noch was anderes Tolles, das jetzt kann ich euch leider nicht so wirklich zeigen, aber es kann auch SSH-Authentifizierung übernehmen. Das heißt, ihr könnt euren SSH-Key in KeyPass hinterlegen und damit den SSH-Key, den privaten und natürlich auch den öffentlichen, ist klar, nicht auf dem Rechner direkt irgendwo als Datei liegen lassen, sondern hier in KeyPass und KeyPass ist, automatisch damit auch ein Key-Agent, der, wenn ein SSH-Client kommt, fragt, hallo, gibt es hier einen Key-Agent, der mir einen Key geben kann für die und den Dienst und dann kommt KeyPass, ja, hier habe ich und dann ist man authentifiziert. Auch das ist möglich. Es gibt tausend Plugins, die irgendwie die Möglichkeit bieten, Import und Export von anderen Diensten zu machen, also wenn man seine Passwörter in Excel hat, dann kann man die da reinschieben, wenn man die bei LastPass hat, kann man die hier in KeyPass importieren oder, oder, oder. Wie gesagt, es gibt Möglichkeiten, seine Passwörter irgendwie automatisch generieren zu lassen, das ist auf jeden Fall noch ganz wichtig, das kann ich kurz zeigen, wenn man einen Eintrag generiert, dann kann man hier einen Passwortgenerator öffnen und dann kann ich sogar noch die Komplexität erhöhen oder verringern, die ich brauche für Passwörter, 50 Zeichen und dann sehen die Passwörter so aus. Und das ist natürlich super kryptisch und das zu bootforcen ist halt nicht mehr möglich, je nachdem, was da als Algorithmus verwendet wird, aber ich brauche mir halt keine Sorgen machen, ich muss dieses Passwort niemals sehen. Wenn ich jetzt OK drücke und sage hier, Test 2, dann kann ich das einfach verwenden, da steht es jetzt hier hinter diesen Sternchen und dann ist schick. Wichtig ist, also Sicherheit von Passwörtern hängt davon ab, wie gut die Passwörter sind. Um gute Passwörter zu haben, ist die Empfehlung, Passwortmanager zu benutzen. Theoretisch ist es egal, welcher, weil es ist immer besser, eins zu benutzen, als gar keinen zu verwenden, aber technisch gesehen ist ein Open-Source-Passwortmanager wie Keepers natürlich trotzdem die erste Wahl. Zum Schluss noch die Erwähnung, was mache ich mit meinem Mobiliengerät und meinem Rechner und die Diskrepanz. Man kann entweder seine eigene Cloud verwenden oder eine Cloud eines Lieblingsanbieters. Da kann ich aber nur empfehlen, das zu machen, wenn man eine Datenbank anlegt, eine neue, oder das kann man mit seiner alten auch machen. Ich mache das mal ganz kurz. Ja, überschreibe die. Ich habe jetzt hier einfach nur Test als Passwort für diese Test. Kann man zusätzlich eine sogenannte Schlüsseldatei definieren. Die kann man hier erstellen beziehungsweise man kann auch welche nehmen, die man schon hat. Völlig egal. Die darf man nicht in der Cloud legen. Das ist auch ein zweiter Faktor. Dann hat man nämlich für die Passwort-Datenbank ein Benutzernamen-Kennwort und wenn man das jetzt in seine Cloud das Vertrauens schmeißt, ohne die Schlüsseldatei, dann kann jemand die Passwort-Datenbank theoretisch klauen, aber ihm fehlt immer die Schlüsseldatei, die man nur lokal hat. Die endet sich ja nicht. Die braucht man nur einmal auf seinem Rechner kopieren und fertig ist die Laube oder auf sein Android oder iOS-Gerät, aber nie in die Cloud. Das heißt, das fehlt immer noch die Schlüsseldatei und das Master-Passwort. Das fehlt ja auch immer noch. Und damit würde ich sogar sagen, damit könnte man sogar eine x-beliebe Cloud verwenden. Ja. Das ist im Groben und Ganzen, was so möglich ist, mit Passwort-Manager zu machen. Ja. Und damit vielen Dank. Fragen gibt es vielleicht irgendwen? Ja, bitte. Achso, ja, genau. Es gibt ja ein Mikrofon. Besteht da nicht die Frage, wenn man jetzt so ein Manager wie Keepers, also nicht Manager, so ein Programm wie Keepers benutzt, dass dann trotzdem Passwörter wegkommen? Oder wie, also wenn das dann, dass dann trotzdem die Gefahr besteht, dass alle, also nicht, also wenn man dann, wenn dann das Passwort wegkommt, dass dann alle Passwörter, wenn die ja alle dort gespeichert sind, dann alle auf einmal sozusagen enttarnt sind? Ja, prinzipiell ist es schon, wenn ich meine Datenbank verliere und jemand kennt das Passwort zu meiner Datenbank, habe ich natürlich alle Passwörter verloren. Das ist völlig richtig. Deswegen sagte ich am Anfang, man muss da ein komplexes Passwort benutzen, was man nur an dieser Stelle benutzt. Man muss die Hürde einmal überwinden, dieses Masterpasswort irgendwie auf die Reihe zu kriegen und wirklich komplex zu sein. Und wenn man noch zusätzlich eine Schlüsseldatei zusätzlich verwendet, dann hat man zwei Faktoren für diese Datenbank. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, wenn ich nicht irgendwie den superinfiziertesten Rechner verwende für den Kram, dann sollte das Ding sicher sein. Noch weitere Fragen? Okay, danke schön.